Dum 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 Tsch dum 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 Tsch dum 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 Hallo! Jetzt geht es nach ähm, ne ich find diesen Wind sehr sehr actionreich Es geht jetzt nach Frankfurt zum Cost Day und wir fahren jetzt gerade erst los Wir nehmen euch wieder mit Ich hoffe ihr habt wie immer viel Spaß bei den Vielen Videos Bis zum nächsten Mal Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist der Überrest von einem sehr leckeren Dinkelkorn-Eck mit irgendwelchen Käse. Gute und Salat und Gurke und Tomate. Das ist ein Video. Das ist ein Video? Gut. Ich habe Kaffee, es war lecker, was ich doch vorgegessen habe. Das war überhaupt keine Sprite. Und wir haben klasse Orangensaft gefunden. Sie hat sich jetzt auch auf meine Empfehlung hin, weil meiner schon leer ist. Und das hat sie sich jetzt auch noch ein. Das ist doch keine Sprite. Ja. Das war überhaupt keine Sprite. Das war überhaupt keine Sprite. Das war überhaupt keine Sprite. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.